Warum ist es wichtig, dass du früh beginnst, dich um deine private Altersvorsorge zu kümmern? Ich treffe immer wieder auf junge Leute, die mir sagen, dass sie noch keinen Cent fürs Alter zurückgelegt haben. Ein großes Problem in meinen Augen. Denn was ist die Konsequenz daraus? Derjenige, der beispielsweise mit 30 oder erst mit 40 anfängt, sich um seine private Altersvorsorge zu kümmern, der wird ein großes Problem haben, die Lücke im Alter auffangen zu können. Du kannst dir vorstellen, dass das Rentenniveau mit zunehmender Zeit immer mehr sinkt. Das heißt also für dich, einfach mal zum Nachrechnen, wir befinden uns aktuell bereits bei 40 Prozent, bei nur noch 40 Prozent deinem aktuellen Einkommen. Und damit sollst du leben, damit sollst du beispielsweise deine Miete zahlen, deine Kinder versorgen, du möchtest abends mal essen gehen, vielleicht noch ins Kino mit deiner Frau. Das heißt also, kümmere dich frühzeitig, damit am Ende der Laufzeit eine große Summe für dein Vergnügen bereitsteht. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gern bei mir.